Wir geben uns heute für die Technologien an, die dann leider ein bisschen gebrauchtet haben. Wir nehmen ein bisschen zum Spiel. Kurz nach dem Spiel ist es so, dass man schon mal geteischt ist. Es war ja eigentlich das Spiel kann man unterordnen unter einem ganz selbstvollen Bedenken. Wir hätten das Spiel schon in der ersten Morgenzeit entscheiden können müssen, wo man dann einen Eigenfall oder der große Fußbinder passieren kann. Bis dann so hinten kommt es noch von Pause heraus, dass du wieder in ungefähr 4 Minuten 200er-Wochtes-Wiederinnen hast. Dann ist es eigentlich so, dass viele Chancen vorgefunden worden sind. Wenn du nichts daraus gemacht hast, und du hast eine große Chance gegeben, eben wieder ein 3-Punkte-Eiserball zuerst 0-Punkte. Und eigentlich aus den letzten zwei Spielen hättest du von den Punkten natürlich auch ein Simpultoren erschießen können. Aber wir haben es nicht gemacht. Deshalb müssen wir uns einen Weigern losgucken und an die nächsten Jäger denken. Dankeschön. Vielen Dank für eure Fragen, kurz das Handzeichen. Und heute mit den Kollegen und der großen Angel kommt gerne vorbei. Ich bin da auch nicht so zufrieden. Ich war seit sehr lange Zeit sehr effizient. In Hartzberg ist es auf einmal nach dem 0-1 abgerissen. Wie war heute dein Gefühl, wie du gesehen hast, was da für riesige Chancen vergeben wurden am Anfang? Hast du das irgendwie schon geahnt? Okay, drehen sich die ganz anders als zuletzt? Oder hast du doch irgendwie gedacht, wir sind jetzt oft im Führer, wenn wir sie wieder kommen? Oder hast du dich schon gespürt dafür, dass es einfach einmal anders drehen? Nein, ich denke, man glaubt jetzt eine Spür. Und es ist so, dass natürlich, wenn die Spielzeit immer weniger wird, dann, glaube ich, wirst du nicht im Prinzip ein unglaubliches Gefühl entwickeln. Aber ich habe vor dem Spiel daran geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen werden. Und es wäre ja, wenn man das, wenn es normal abkauft wäre, aber Fußball, wissen wir ja, ist es nicht normal. Und so ist es, dass wir eben zwei Spiele erlebt haben, wo die Effizienz gefehlt hat. Vorher haben sie uns erzählt, wir sind sehr effizient. Und wo ist das lieber? Ich sage es ganz ehrlich, der Wix mit zu Hause noch. Zu Beiden. Danke schön. Eindere Fragen? Mach mal nicht, bitte. Der hat mich auch nicht zuordnen, der hat mich auch nicht zuordnen. Eine Nachfrage zum Herr Csankara, der probiert hat, die Rede irgendwie weiterzuleiten. Ist auch er echt ein Problem, oder war das ein taktischer Tausch, was er schon zur Pause gemacht hat? Das war ein taktischer Tausch. Ich denke, Erce hat mir leider keine Chance gefunden, aber wir haben es vorher verpasst. dass wir das Spiel darüber machen. Da geht es nicht um Personen, da geht es einfach um das, dass ihr das Spiel vor allem als Landschaft schafft. So weit ist es einfach so. Weil wir einfach eben den letzten Ballen zu ungenau waren. und da geht es nicht um Ercan oder Koya oder was weiß ich. Es geht einfach um uns. Und wir haben das Spiel heute leider im letzten Drittel, bis zum letzten Drittel gut gespielt. Aber wenn wir das nächste Pausch, dann wird es so. Ja, natürlich ist es so, du hättest ihn verringern können, das ist ganz klar. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass Salzburg nach wie vor die beste Mannschaft in Österreich ist. Und das ist nicht, weil man das jetzt gerade eingefallen ist, sondern weil sie einfach auch den besten Kader haben, einen unglaublichen Speed in der Mannschaft haben. Und deshalb wurde für mich vor diesem Spiel schon der Titelkandidat. Und dass sie auch die Mannschaft wieder heimbringen werden. Obwohl wir natürlich jetzt am Mittwoch schon so, wir wollen schon schauen, dass wir das Spiel gewinnen, aber wir brauchen da eine Top-Leistung. Aber es wäre interessant dann trotzdem glaube ich, dass Salzburg einfach zu viel Qualität hat. Und da reden wir jetzt nicht gegen meine Mannschaft. Obwohl ich schon sagen muss, mit diesen Verletzten ist er dann sehr schwierig. Das ist die Qualität von einem Kader von 20 Euro angesprochen bei euch auf der Bank. Ich glaube, die fast 100 jungen Spieler der Kader sind ja schon zur Baustein gekommen, wie der Offensive, die Schauspieler der Nase, mit der Aktivpunkt oder aus der Gange, die Alternativen. Das müssen wir jetzt auch wieder schauen. Ich hoffe, dass es gehen wird, weil man hat schon gesehen, und das ist ja jetzt kein Fuhl, aber die Burschen, die, die jetzt auf der Bau gesehen sind, die brauchen ihre Zeit noch, und an denen liegt es überhaupt nicht. Es ist einfach so, wir haben einfach immer mehr Spieler, muss ich dazu sagen. Und trotzdem war es heute wurscht gewesen, auch Junge oder Alt, es ist heute an uns gelegt, dass wir einfach die Tore nicht geschlossen haben. Und hat Salzburg andere Probleme, muss ich sagen. Das ist eine abschließende Frage, Herr Trainer. Wenn nicht, vielen Dank für das Interesse. Wir haben noch einen Dienstag dabei, zum Beispiel mit dem Chef. sind wir eigentlich ein Liebkonges, die Leute zu fahren.